hey leute ich bin's wieder rotax und willkommen zu einer neuen folge hier bad wars auf dem gomme server mit dem fabius der steht schon da hinten und der grieft hier schon mal die ganzen und ich bekomme kein bronzer irgendwie kein bronzer dieser typ kämpft da die ganze zeit das ist aber auch nur bis jetzt bei zehn stück oder sowas gehe ich dann mal vor oder ne jetzt passt schon so hol ich mir gleich mal ein paar blöcke damit wir ein bisschen gold bekommen sagt 32 stück naja das wird hoffentlich reichen bis zur mitte obwohl da kommen schon andere leute ich glaube ich hole mir lieber noch ein bisschen leben und machen mir eine rüstung unser bett ist dort oben rechts wenn du dich die anderen sind schon in der mitte ja das haben wir auch schon gedacht wenn nicht was du musst fertig reden wir müssen die goldmacht mit der eisenmacht übertrumpfen ok eisen haben wir da drüben oder ja baust du ne treppe mal was auf dich schlägt gleich runter oder was sind wir für ein team rot ne passt schon wo soll ich ne treppe bauen vor der mitte vor der mitte jo baue ich kann ich machen kein problem also dort wo der weg endet baust du ne treppe hoch jo baue ich gerade so ich hoffe die haben noch keine pfeile weil sonst bin ich hier gleich mal geschichte reicht genug jetzt gerade aber pass auf dass du nicht stirbst ok soll ich da runter bauen auch oder nicht nein einfach runterspringen aber pass auf dass du nicht stirbst unten ist gold wenn du vier gold hast gehen die base das reicht für einen bogen aber wie ich dich kenne bist du gleich tot das könnte passieren ja sogar sehr gut gut ich habe jetzt vier gold stücke gefunden was ist es geschafft ja kannst du mal kurz verteidigen oder so einen bogen soll ich mir kaufen ja na gut so viele werden machen also es kommt bereits ein gelber ok so gut ich habe hier mal pfeile ok gib mir rückendeckung so die freutage ich mal so ein block hin so den farbigen wenn man mal zugucken mit ob es war denn das jetzt gerade jemand hat mich mit einem pfeil abgeschossen und ich habe mich erschreckt so ich versuche gerade den typen da hinten zu treffen gegen die sonne gucken mit mit dem shader mod ist auch eine katastrophe ich bin sowieso nicht wirklich der fan von dem shader nicht? ich mag den eigentlich sehr also ich habe auch bis jetzt nur positives feedback eigentlich bekommen zu dem shader ja ich finde ein bisschen unnötig in der nacht siehst du eigentlich gar nichts das habe ich übrigens bei den adventure maps von uns gesehen ok zum beispiel bei ward of the fallen bei ward of the fallen da hat man teilweise gar nichts gesehen ja ich habe die videos dann eh ein bisschen heller gerendert das ist dann eh schon ich glaube das habe ich ganz gut ausgeglichen das passt schon so was denkst du? so das kann ich mir dann noch schönes eine spitzhacke wäre mal ein traum da brauche ich eisen haben wir eigentlich schon eisen Fabi? ja natürlich schon ganz lange kann ich mir ein bisschen eisen geben? für ein schwert oder so? ich habe selber gerade nur sechs Stück gehe einfach zu eisen hin so ok ich hoffe ich werde da nicht runter geschossen weil ich habe irgendwie gerade einen bogen ja deswegen mach dir am besten irgendwo eine kiste aber nicht dort dass es die anderen seien sind oder versteckte nein ich habe ja kein eisen kannst du mir nicht kurz irgendwas holen oder so? würde das gehen? ich wollte jetzt eigentlich schnell in die mitte und versuchen dass ich gold bekomme ja das kannst du auch machen auf jeden fall dann holen wir halt später eisen irgendwann brauche ich eins wenn du zurückkommst vielleicht oder so ja so ich hoffe ich hoffe nicht ich verhungere sieht hier jetzt keiner aber egal verhungere ich halt fragt den einen typ halt jo und zum eisen gehen ist relativ ungefährlich schätze ich mal ja wahrscheinlich eher aber ist der sicher sicher so das ist ein blauer da werde ich mir mal ein paar blöcke holen so die lage ich mal da oben ein und ein schwert wäre jetzt noch ganz nice oh mein Gott so viel gold 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 ganz viel gold mega viel gold 20 das ist geil das ist echt nice ich schreibe ich kurz mal ob irgendjemand eisen hat für mich mal gucken ob da immer das mitgenommen hat möglicherweise aber ich kämpfe ja gerade ganz billig mit meinem bogen in der base habe ich kommst du gerade ja das ist cool komm fabi lauf was machst du hast du willst du noch eisen oder wie er ist das ist so ich brauche mal vorne schon den weg fertig was ist ich habe gerade den bogen einschlagen gehört von wo snipe der aber ich habe 20 gold ich hatte nicht nett zu dir sein wollen ich kümmer mich irgendwie um den ich hoffe ich treffe den auch boah ich bin so schießen abschießen habe ich ihn getroffen ja oder ja einmal soll ich riskieren sollte die frage unter gesprungen oder unter gefallen ja runter geschossen ich hatte 20 ich bin nie wieder nett zu dir nie wieder ja weil ich weiß wenn ich nett zu dir sein will sterbe du meinst das kannst du nicht oder wie ich versuche den hier gerade abzuballern weil ich schieße gerade so schlecht mit dem bogen das ist echt und ja ich kann nicht mal hingehen aber ich habe gar getroffen ich kann ja nicht mal ich glaube ich herkommen soll mit dem gold das stimmt ja ich hätte dir kein eisen geben soll aber wurscht beziehungsweise sucht bist du denn damit du dann nicht wo bist du gerade ich bin beim eisen okay ich brauche eigentlich nur eine brustplatte und das ist echt uncool dollar 4 ist echt uncool oder machst ja er macht doch wirklich nichts anderes er geht nicht mal gold ich habe zweieinhalb herzen sollte mal ein bisschen regenerieren bevor ich da weiter macht da kommt ihr keiner auf uns zu nicht weil ich bin damit ja das ist so ein arsch so ein spargel da komm hier vielleicht treffe ich den auch trefft ihn ja nicht mal in der schieße ich gerade über den drüber das ist gegen die sonne gerade echt doof ja haben getroffen so noch mal getroffen ich wünschte der würde das video hier sehen das glaube ich auch nicht hast du jetzt eisen nee oder nein weil der kämpft ja die ganze zeit hier okay also der macht wirklich nichts anderes soll ich mal zu dir nach vorlaufen oder nicht schieß einfach die ganze zeit ich mach das jetzt mal ich muss kurz regenerieren box essen oder sowas hier hast du ein bisschen essen hast du ein paar äpfel kannst wenigstens ein bisschen regenerieren ich versuche gerade auf ihn zu schießen ich habe nur vier herzen das ist nicht so optimal ja ich habe schon gegessen soll ich baue hier nun mal hinter mir ein bisschen aus sollte da nicht so schnell runterfallen kann die werden immer weniger das ist gut hatte geht der jetzt weg ich habe ihn gerade getroffen der hat sich abgewechselt mit jemandem einer kommt einer kommt pass auf schießt er kommt es kommt einer was war gerade mit dem es runter gefällt wo ist er jetzt hingegen und ja irgendwie er ist nicht mehr hier wie kam der in die base ist er schon weg oder nicht ich brauche aus fabio ist eisen oder immer noch nicht doch ich habe ein schwert machen bitte ich brauche ein schwert irgendein billiges ich habe gar nichts was das was aus nahkampf angeht ich habe nur irgendwelche fernkampfwaffen gerade ich habe leider nicht genug eisen für ein schwert aber hier ich kann dir einen knockback stick geben okay gibt ja mal dass er wenigstens irgendwas hat hat der rückstoß 1 naja besser als gar nichts oder wobei ich jetzt schlagen wieder ganze pfeile ein mann diese so das soll nur herkommen da natürlich dürfte ich den bogen haben weil ich bin besser gepanzert als da kannst du haben hier und den pfeil nehmen auch dann gehe ich mal ein bisschen eisen holen ok jetzt kann ich eigentlich ohne große probleme sterben theoretisch oder jetzt kann ich die weiß auch ziemlich gut verteidigen schießt einmal ab schon zweimal getroffen so ich bin hier gerade beim eisen und so ich habe jetzt mal zehn stück eisen für uns er zielt gerade nicht auf mich aber auch erzielt auf mich doch erzielt auf mich fabi kannst du dann abschießen kurz und sagen wir nicht mehr auf mich zielt das ist gerade ganz ganz versteckt sich jetzt zielt er wieder auf mich jetzt schaut er wieder zu der das wollen wir machen durch jetzt versuchen ich glaube ich glaube ich habe es kann ich dann noch irgendwo bei uns unten rein ja kann ich sehr gut ich habe auf jeden fall jetzt ganz viel eisen geholt für uns so kann ich wie viel hast zehn stück das ist mal besser als gar nichts oder das reicht für eine rüstung kauft ja genau und dann werde ich mir noch ein schwert machen ja das beste schwert und die beste rüstung passt so willst du mir den boden wieder geben oder willst du dabei behalten ich würde ihn eigentlich gern behalten weil irgendjemand von uns muss jetzt eigentlich dann mal ein bisschen auf angriff gehen oder was meinst du lieber nicht das ist zu riskant wir müssen ja irgendwo müssen wir ja gold und so zeug herbekommen oder er tut aber auch echt nix anderes er holt kein gold ich glaube der will uns einfach nur ein bisschen nerven ja warte mal so gut ich brauche hier mal ein bisschen aus falls das stört die kommt die kommt die kommt ja ich habe einfach runtergeschlagen sehr gut wer war das welcher war unser bett wurde gerade abgebaut wie kam die dorthin an den ender perle gehabt oder so ich bin gerade gestorben ich bin gestorben ich spektate euch jetzt ich kann euch jetzt ein bisschen helfen war das gerade schlecht der typ hat einfach ein voll den lockt wegbogen gehabt hier ist ein blauer fabi links bei der eiseninsel ist ein blauer ich weiß ich hab's überlebt so ein roter zwei rote sind laufen da noch rum ich bin eh der einzige der gerade gestorben ist so ein blauer kämpft hier gerade so ganz assi im baum du bist da unten oder ja im glück hast du den bogen und nicht ich okay ich sehe dich gerade darum laufen wo ist dieser gar ja wo ist dieser gar ja hatte ich versuche gerade drauf zu fliegen aber ich kann nicht weil ich immer weggestupst werde von dir da du da stehst warte ich fliege mal da irgendwo anders raus ne alter lass mich bitte da durch danke so die steuerung hier alter nee so gut ein blauer läuft richtung base der steht gerade genau davor der heißt gar ja 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 ist dabei blau der ist gerade bei uns gaiak f y y a ja keine ahnung wie man den ausspricht oder was er kann der ball hat den ab wir haben kein bogen oder außer dich du bist in der mitte oder ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ich hoffe das schaffen wir komm schon da schauen wir dann mal go 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 so hier speckledet auch schon jemand oh mein gott fabi du bist wo genau jetzt du bist bei der blauen base oder hast du das bett abgebaut ja ja das war ich das war ich nice hier steht einer gau ein blauer der heißt jetzt steht genau hier hinter in diesem block siehst du den da hier hinter gerade vor dir ist so ein dreier ding und ein zweier ding genau da dahinter steht er da hat der sneak also du siehst ja nicht wenn du ein bisschen weiter nach so den kohleblöcken gehst kannst du vielleicht abballern weil zu ihm gehen nicht hier steht da steht genau hinter dem zweier ding jetzt steht er in der mitte ich glaube da beobachtet ich mir f5 oder so ich glaube da weiß wo du bist der weiß sicher wo du bist so zwei rote sind noch und ein blauer eigentlich müsste man den nur killen oder was ist der einzige ja das allereinzige ja fabi ja wir haben es geschafft hat tschüssi mit üda da unten so sage ich mal danke fürs zuschauen war toll oder fabi war coole runde dachte ich bin alleine 3 so 3 zu 1 war gerade oder 2 zu 1 na gut dann sage ich mal danke fürs zuschauen tschau leute tschau